Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Rage. So, mal wieder beim Mutant Bash TV. Genau, ich glaube, hier hat es mich ja zum ersten Mal wirklich zerlegt. Dieser Mann hat mir hier den scheiß Gesicht verzerrt. Aber scheinbar zerlegt er sich auch irgendwie gegenseitig, ne? Guck mal, die Bombe. Ich meine, ich habe ja auch noch Granaten. Lad bitte schneller nach. So, da werden wir das jetzt mal niedrig. An geht's in diesem Spiel. Um das zu überleben, müssen sie verdammt schnell sein. Minikaner hatten wir halt auch noch. Nee, die sehe ich gerade. Hm. Ich gucke mal, wie die Nagelpistole sich so macht. Ja, ich glaube, für euch geht das ja ganz gut. Autsch. In dem bin ich jetzt ja nicht gestorben. Und jetzt, die letzte Herausforderung. Ja, ich gucke mal. So. So. Haben wir ihn, ja. Na dann. Moment, nachladen. Hervorragend, Sie haben die Bonusrunde erreicht. Die Gelegenheit für unseren Kandidaten, einen Riesenhaufen Kohle einzuschreiten. Super, hat das schon mal gewusst. Ich hoffe, ich sterbe es. Ich habe keinen Bock, das noch mal zu machen. Der Raketenbäufer ist halt jetzt leer. Ah, wir hatten auch Elektrobolzen. Okay. So, Bonus, Bonus. Dann schauen wir mal, was das wird. Irgendwas mitzunehmen noch vorher, sieht nicht so aus. Oh, okay, das sieht witzig aus. Okay, das ist tatsächlich witzig. Das tut schon beim Hinschauen weh. Ja, das kann ich mir vorstellen. Okay, das ist eine schöne Bonusrunde. Die macht Spaß. Jetzt legen wir die Latte etwas höher. Was wird jetzt geschossen? Ah, mehrere. So. Cool, cool. Dann wird das dann erledigt. So, cool. Zumindest mit dem zweiten Anlauf hat es dann geklappt. Werden wir in Endlosschleife zeigen. Aber Moment, Moment, bevor Sie gehen. Wollen Sie nicht in einer weiteren Show mit spielen? Es gibt eine ganze Menge Geld zu gewinnen. Gerade nicht, danke. Das Spiel ist dasselbe. Aber dieses Mal ist die Herausforderung ein kleines bisschen größer. Für einen Kandidaten wie Sie allerdings. Boah, kein Problem. Also, sind Sie bereit für Folge 2? Äh, nee. Gerade nicht, danke schön. Da bin ich froh, dass, wie gesagt, das ist so. Arena-Kämpfer sind absolut nicht meins. Da bin ich froh, wenn ich das nicht so oft machen muss. Man war jetzt witzig. Gerade der letzte Teil. Wenn es nur aus dem letzten Teil besteht, dann hätte das wäre cool. Aber gut. So, jemand, der Stress machen möchte. Aha. Oh, der verzieht sich nochmal. Könnt ihn jagen, aber hey. Das ist schon, denke ich. Falsche Ebene, Kollege. Ist wohl gedacht, ich fahr dir nach, ne? 9-9, mein Freund. So, guck mal. Ich hab das Ticket. Äh, ah, komm. Einmal kurz reparieren. Dann geben wir mal das Ticket ab. Du bist zurück? Und? Wo ist das Ticket? Hier ist es. Endlich. Adios, du. Dreckloch. Nicht so eilig, Clive. Wie kommen wir in die Basis rein? Okay, na gut, hier. Frag nicht, wo ich die hier habe, aber hier ist ne Zugangskarte. Sicherheitssystem, kein Problem. Einige der Wartungstunnel unter Wellspring wurden versiegelt, um Mutanten davon abzuhalten, in die Stadt einzudringen. Mit dieser Karte kommst du in die Tunnel. Dort folgst du einfach deinem hübschen Näschen bis zur Basis. Hehehe, viel Glück. Scorcher lieben Besuch. Er hat recht. Die Scorcher werden uns alles entgegenwerfen, was sie haben. Rüste dich aus und komm wieder her, so schnell du kannst. Okay, cool. Dann schauen wir uns das doch mal an. Oh. Da war doch gerade noch ein Eimer, der jetzt verschwunden ist, oder? Also viel kann ich hier ja nicht machen. Aber ja, dann schätze ich mal, gehen wir durch den Tunnel. Waren wir ja auch schon. Komm schon, wir müssen jetzt weiter. Warte mal. Da ist was zu blindern. Den können wir auch nochmal auseinander nehmen. Ich bleib hier, benutze die Zugangseite. Ja, deswegen sollte man wohl da oben sein. Ja, komm. Sicher ist sicher. Gut, die Tür war wahrscheinlich zu gewesen. Mh, da ist erstmal Ruhe. Cool, ne? So stimmt, ich komm jetzt ja nicht hier raus, hier. Auch schon, wenn du hier freigeschenkt hast. Oh. Bereit oder nicht, ich komme. Na, dann mach ich bitte mal was. Ich hab doch nicht viel mitgenommen. Beziehungsweise erstaunlich viel ausgehalten, das meinte ich. Nein. Na, komm, dann gehen wir dich mal holen. Einfach hier nicht unsere Sarah mitnehmen. Gehört sich doch einfach nicht. Raus, du Bistje. Hm. Ich weiß ja nicht. Kann ich hier noch irgendjemanden anhitten? Nö. Da könnte es eventuell weitergehen. Hm. Oh, das ist, äh, hilfreich. Cool. Danke. Jetzt hätte ich einer durchgekommen. Schön, dass das mir mal den Rücken freihält. Hab jetzt verlaufen. Oh, noch gefunden. Oh, nö. Nicht die. Raus, bitte. Bitte. Müssen wir jetzt einfach jetzt durchhalten oder hoch... Nee. Ich glaube nicht, dass wir da hochjumpen oder einen sollen. Hm. Hm. Ah, jetzt ist es offen. Okay. Einfach durchhalten. Das ist okay. Warte mal. Ich könnte mal, wenn ich schon einmal hier bin, ähm... Selbstschlussanlagen. Wer hätte sich da, glaube ich, auf jeden Fall gelohnt. Ähm. Angeblich ist es leider leer. Die können wir halt noch upgraden. Aber genau, die werden, glaube ich, automatisch... ...angebracht, ne? Lass uns doch mal so ein paar Dings ausprobieren. Ein paar Wachroboter. Dynamitbolzen liegen halt auch ganz witzig. So, die da dup. Ähm, das haben wir soweit. Das sind die Wachroboter. Was macht ihr hier oben? Wo kann ich das hassen? Das ist ein gutes oder ein schlechtes Zeichen. Ich weiß nicht, Minigranaten? Warum nicht? Je nachdem, was noch so alles kommen mag. Okay. Da kann ich wohl nicht durchballern. So. Oh. So. 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 Ich glaube, die sind neu. Okay, zwei Schüsse reichen. Ist ja gut. Dankeschön. Ah, witzig. Ich habe euch schon ein bisschen was Neues hier einfallen lassen. Ich falle mir jetzt in den Rücken. Ah, hier schon wieder? Gut. Shotgun ist, glaube ich, bei denen echt deutlich angenehmer als die anderen. Hm. Noch einer, da? So, dann würde ich auch mal sagen, den Rest machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.